Geheimaktion im Hamburger Hafen. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen verließ am Freitagmorgen um kurz vor 10 die längste Privatjacht der Welt erstmals das Dock bei Blum & Voss. Den Luxusliner hatte der russische Multimilliardär und Eigentümer des Fußballvereins FC Chelsea, Roman Abramowitsch, in Auftrag gegeben. Der Bau erfolgte unter strengster Geheimhaltung und auch der Stapellauf sollte unter striktem Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen. Allein einem Insider-Tipp war es zu verdanken, dass Abendblatt TV exklusiv die ersten Aufnahmen vom Stapellauf der Yacht drehen konnte. Aufgrund der strengen Geheimhaltung ist die genaue Länge der Yacht bisher unbekannt. Sie wurde auf 160 bis 170 Meter geschätzt. Dabei ist das Schiff etwa so lang wie die MS Deutschland und gut 50 Meter länger als die MS Bremen. Auch technisch soll das Schiff auf dem neuesten Stand sein. Neben einem Hubschrauber-Landeplatz baute eine Hamburger Firma eine spezielle Sensorik-Zerstörung von Digitalkameras ein, um unliebsamen Paparazzi das Leben schwer zu machen. Indes wollten Branchenkenner Gerüchte über ein Raketenabwehrsystem und ein U-Boot an Bord beim Stapellauf nicht bestätigen. Auch die Baukosten sind ein Geheimnis. Insider sprechen von etwa 340 Millionen Euro. Deswegen war beim Wendemanöver auch extreme Vorsicht geboten. Zwei Schlepper drehten das Schiff im freien Fahrwasser, wobei die Bugstrahlruder getestet wurden. Nach seinem Ausflug wurde das Schiff an einen abgeschirmten Liegeplatz geschleppt, wo weiter Bauarbeiten bis zur Übergabe an den Eigner im Dezember erfolgen. Ob dann Roman Abramowitsch die Jacht in Empfang nehmen wird, ist übrigens ungewiss. Nach Abendblatt-Informationen soll der finanziell angeschlangene Ölmulti bereits über einen Verkauf der Luxusjacht verhandelt haben. Unklar ist allerdings, wer der neue Eigentümer werden könnte. Nur so viel ist sicher. Er wird an Bord viel, viel Platz haben.